Oh, shit, 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 shit. Wirklich, wie gesagt, macht das hier nicht aus Freude irgendwie oder aus Spaß an der Freude, sondern die stehen wirklich manchmal auf... Ja, das ist... Oh, Alter. Oh, Mann. Oh, shit. Okay, Waggon 8 ist kaputt. Wir haben ihn 20. pro geschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort ein Stase-Modul. Wenn wir das Scheißding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. Mhm, mhm, gut, gut, gut. Mhm, okay. So, mal schnell Stase benutzt. Klingt nicht gut. Klingt nicht gut. Ich höre da draußen was rumkriechen. Ja, ja. Das tut's. Kriech nicht nur. Das ist... Oh, 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 oh. Noch wo immer? Alter, die Sauns, ey. Waggon-Ersetzung abgeschlossen. Jo, schöne Sache, schöne Sache. Dann gehen wir wieder zurück hier. Oh. Bleib da oben. Scheiße, ey. Ich würde mir ganz gerne mal hier vorne nochmal die WCs anscheinend anschauen. Hallo. Bisschen Munition ist immer gut. Ah, auch hier ganz wichtig. Immer schön Hände waschen. Before you return to work. Ich glaube, wir können nachher noch die Rucksack-Kapazität etwas erhöhen. Da vorne liegt noch was. Wahrscheinlich Credits. Ja. Na gut, immer zurück. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Nee. Nee. so vorne war ja kein stase modul deswegen würde ich noch mal schnell geht's zurück zum monobahnhof ich habe mich ins sicherheitssystem des decks gehackt es hat etwas gedauert aber ich konnte die tür zum wartungssektor öffnen die platine sollte irgendwo da drin sein wir brauchen noch die platine für den monorail computer sie ist im wartungssektor na denn auch für den wartungssektor hallo die beatens der isaac aber ein schlüssel dafür geben ok motion zu spät wo ist er? 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 da ist er? oh shit oh der ist aber fliegen du musst jedes mal den Arsch an der Wand haben ey fürchterlich der Vater nicht weg der zuhörer oder? shit vorne ist er tatsächlich muss ich wirklich mal zusehen dass ich mein Rucksackvolumen irgendwie ja weiter oh scheiße jetzt ist er ho ist ein fixer ok jetzt jetzt kann es mitnehmen So, hier vorne haben wir auch nochmal Plasmaenergie. Verdammte Scheiße. Also, dann gut, es gibt ja immer noch da. Bitte. Oh shit. Okay, sollte zwar jetzt erstmal hier noch nicht hochgehen, aber ich gucke trotzdem mal ganz kurz hier rein. Okay. Das sieht mir aus wie eine Platine. Aber ich brauche erst den Schlüssel. Okay. Na gut. Dann noch zur Plansteuerung. Ah. Gips. Hallo, ihr. Na, ihr seid einfach. Freundchen. Ich muss erst wirklich hier den ganzen rumklären, oder was? Und hier ein paar nix zu holen. Na gut. Oh shit. Ich gucke. Ja. Ja. Oh shit. Ah. Dann. Okay. Ey, ist das scheiße, Alter. Überall liegt hier jetzt Moon rum irgendwie und ich kann sie nicht aufnehmen. Ich sag mal, wie das ist. Das ist nicht fair. Okay, fix my credits. Jocken lassen. Bitte credits. Okay. Das ist komisch, weil sonst immer, oh, bitte Munition, bitte Munition. Okay. Oh, da kommt doch schon wieder angeschissen. Jajajajaj. Okay. Bleib mal energievoll. Genau. Jetzt ab mal oben hier. Okay. Sieht aber hoch. Die Werkbank. Die Waffen und das Rick upgraden. Mega geil. Die Werkbank. Also ich finde, der Dämpft ist ja noch eigentlich ganz in Ordnung. So, warte mal. Das war unser einziger. Das war Knoten. Die wir hatten. Ähm. Äh. Unser einziger Energieknoten. Hier vorne. Das glaube ich noch einer, ne? Ja. Mega geil. Cool. Die Platine. So. Okay. Let's go back. Genau Isaac. Bring die Platine für Munerwaysteuerung und setz sie in den Prozessverein. Dann ist das Munerway, das ist nicht unnötig. Wie? Das hat sich jetzt nicht interessiert, oder was? Gut. 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 So, jetzt... Achso, wir könnten ja hier lang, genau. Ich gucke mir nochmal ganz kurz das an, was vielleicht der Gegner hat liegen lassen. Credits. Dann zurück. Es ist schon wirklich... Hier drückt schon der Schuh in diesem Spiel, ey. Wow! Wow, der hat aber... Der wollte es wissen. Und, hat er was bei? Nee. Hat er nicht. Und? Da war doch gerade ein Schatten. Der Penner. So, hallo, hallo. Und... Platine fehlt. Bin wieder dabei. Achso, dann. Okay. Dann... Computer der Mono-Rail-Steuerung online. Nice. Schiffsweites Mono-Rail-System wurde reinitialisiert. Alle Mono-Rails funktionieren ab sofort nach Vorschrift. Mono-Rail für deine Anerkennung-Station ein. Quarantäne aufgehoben. Quarantäne aufgehoben. Ja, schön, 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 schön. Okay, wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke. Gut gemacht. Seltsam. Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben. Was immer in der Flattler und Schreie ist jetzt weg. Gut. Isaac, gehen Sie zurück zur Kalien und bereiten Sie den Stab vor. Wir sehen zu, was wir auf der Brücke herausfinden können und kommen nach. Wenn wir so lange leben. Das ist doch Wahnsinn, Hammond. Selbstmord? Wir werden hier sterben. Ihr mangelndes Vertrauen in mich wurde zu Träbnis genommen, Miss Daniels. Aber ich habe eine Mission abzuschließen und genau das werde ich auch tun. Mit Ihnen oder ohne Sie. Verstehen wir uns? Bringen wir uns einfach lebend hier raus. Hm. Na dann. Zurück zur Kalien. Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Das sieht ja nicht gut aus. Hallo Sie. Kommen Sie raus. Ach schön. Tsch 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 tsch. Das ist ja nicht mehr. So ein Arsch ey. Hat er hier fallen lassen? Was ist das? Oh. Oh. Oh! Ja! Wichser! Oh, Mann. Das ist schon fies, ne? Ja, da lenken sie dich mit so einem Krepel ab, der da abhaut und dann von vorne und von hinten kommen sie. Ah, so. Wir müssen vielleicht nochmal rausfinden, ob hier irgendwo so eine Quick-Turn-Taste ist. Das wäre sehr schön. Wir müssen mal zum Pult. Ne, wir müssen wirklich nach da. Okay, gut. Was ist ein Albtraum bei euch? Ja, na wie bei uns ist hier... Du ruhig hier einen Kaffee trunken hier. Hörst du? Ganz entspannte Donut-Futter. Hemmend, hemmend, hemmend. Das bringt uns nichts. Das bringt uns nichts. Na gut, gehen wir mal. Wo? Wie? Ah, hinter uns. Sie sind hinter uns. Huh. Freundchen, Freundchen. So, und wir kennen ja alle die Filme. Wir wissen natürlich, dass sie aliens auch sehr gerne auf Raumschiffen verstecken. Während man denkt, man ist safe. Sanftliche Lebensform entdeckt. Unschade bedenklich. Sofort räumen. Sofort räumen. Oh shit. Oh shit. Das ist nicht so super. Up above the world so high Like a diamond in the sky